Gut eine Woche nach der Notoperation am offenen Herzen wird die steirische Eiche Arnold Schwarzenegger aus dem Krankenhaus entlassen. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien erholt sich nach der schweren Operation nun zu Hause, teilt sein Sprecher Daniel Katchel via Twitter mit. Freitagnachmittag soll der Schauspieler die Klinik in Los Angeles verlassen haben und bester Stimmung sein. Als es beim Eingriff zum Austausch einer Herzklappe zu Komplikationen kommt, muss sich der 70-jährige Hollywoodstar am vergangenen Donnerstag einer Notoperation unterziehen. Der frühere Mr. Universe lässt sich schon einmal vor 21 Jahren am Herzen operieren. Damals lässt er eine Herzklappe einsetzen und diese soll nun Angaben zufolge ausgetauscht worden sein. Die Ärzte sollen zuerst nur einen kleinen Eingriff geplant und sich dann aber für eine mehrstündige Operation entschieden haben. Auf seinen Social Media Kanälen äußert sich der Leinwandstar auch schon selbst zu dem Eingriff und klärt seine Fans über seinen Gesundheitszustand auf. Es ist wahr, ich bin zurück. Ich dachte, ich würde mit einer kleinen Schnittwunde aufwachen und bin stattdessen mit einer großen aufgewacht. Aber stellt euch vor, ich bin überhaupt aufgewacht und dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Dank für all die lieben Nachrichten. Schreibt Schwarzenegger in einem Instagram-Post.